Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir fahren jetzt hier mal ganz langsam runter. Wo sind die Vampirin, die da waren? Äh... Nein! Wieso falle ich hier mal wieder runter? Was ist das? You have already discovered the location shown by this map. Mitrieltantro nehmen wir mit. Ah, toll. Ich falle da immer wieder runter. Baby werde jetzt wieder zum Lykantropen. Okay, nochmal hoch. Kriegen wir nochmal hin. Diesmal kriegen wir es besser hin. Irgendwie da hin zu kommen. So, da haben wir es. Holen wir den Fahrspult hier wieder hoch. Boah, das ist aber sehr, sehr schwierig. Hier nicht runter zu fallen. Och. Was ist denn das mit dem Geräusch? Vielleicht so? Nein. Klappt auch nicht. Okay, wenn wir jetzt mal drauf gehen sollten, äh... Laden wir ja eh genau da, wo die Folge angefangen hat. Können wir vielleicht so darüber springen? Da ist auch noch ein Hebel. Ah, okay. Klappt auch. Ähm... Nein. Okay, das wird... ...ne etwas... ...größere Herausforderung. ...der wird jetzt gleich auf uns ballern, wahrscheinlich. Dann... Äh... Äh... ...ne. Äh... So. Genau. So wollen wir das machen. Ah, und da ist auch noch wieder ein. Also, genau. Ich glaube, wir müssen da irgendwie hin. Vor allem der eine... ...da sind mehrere Grabsteine und der eine ist weiß. Irgendwie hervorgehoben. Ich glaube, da müssen wir irgendwie hin. Da oben ist auch noch wieder so eine Insel. Ja, okay. So kommen wir zur Pyramide. Hä? Was geht hier noch weiter? Ja. Okay. Versuchen wir mal, da hin zu gehen. Auch die Insel. Ich weiß jetzt nicht, was uns das jetzt genau gebracht hat. Hier gibt's nichts. Hier liegt der Spirit von Benefektor. Ich dachte, dieses Körper hat immer noch den Weg. Benefektor. Passiert nichts. Passiert nichts. Passiert nichts. Passiert auch nichts. Nur da und da gab's jetzt ein Geräusch. Oh. Ne, okay. Ich dachte, hier wär jetzt ein Eingang. Ist da jetzt vielleicht irgendetwas passiert? Ne, hier ist nichts passiert, ne? Ja, das schaffen wir. Komm, das schaffen wir. Okay, dat haben wir gekauft. The God, the way, speak only my name. And I shall grant you passage. Um. Warte mal. Wir hatten ja gerade, wie, was, was verdammt nochmal? Bene, Benefektor, glaube ich, ne? Wollen wir den ausprobieren? Bene, äh, fack, tor? Bene, äh, fack, tor? Hä, wie schreibt man den jetzt? Verdammt. Komm ich da nochmal hin? Ah, ist offen. Und jetzt? Aua. Okay, wer ist denn jetzt in der Nähe? Boah. Weck mich nicht. Aber was bringt mir das? Das ist jetzt so? Oh. Okay. So geht auch. Dann gehen wir jetzt in die Pyramide rein. Da war ein Hebel. Gibt's hier ein Hebel? Ah, hier, da ist ein Hebel. Okay, dann geht's jetzt hier weiter rum. Okay, kriegen wir so nicht auf? Was macht die denn hier? Big Tooth. So, und Tue Disease. Nice. Der hier fehlt. Da war aber noch ein Hebel. Den wir noch nicht aufgemacht, also betätigt haben. Gehen wir noch mal hoch. Das heißt, wir müssen jetzt noch einmal zurück zum Lich. Der da noch war. Welche Seite war denn das jetzt? Die Seite. So, warten wir jetzt noch einmal auf den Fahrstuhl hier. So. Da war noch ein Hebel, den wir nicht betätigt haben. Oh. Hier war ja auch noch einer. Jo. 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 Können wir dann wieder hoch. Alter, dieses Geräusch. So. Ja. Wir können hoch. Und. So. Dann testen wir noch einmal aus. Vielleicht war das jetzt der Hebel, den wir betätigen mussten, damit wir hier weiterkommen. Autsch. Ja. Das war's. Äh. Jo. Wir machen hier nochmal ein Save Game. Auf die zwei dann. Okay. Da hin ging's aber auch noch irgendwie weiter. Da war noch ein Hebel. Wie geht der denn hin? Der ist aber sehr, sehr langsam. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Alter, wie lange wir das noch runtergehen. Das dauert ja ewig. Ja, okay. Das dauert ja auch noch ein paar Jahre später. Alter, bis wir hier unten ankommen, äh, passieren schon die Ereignisse von Skyrim. Da kommen die Drachen wieder. So. Oh, ich hör da schon. Das ist ein Skeletter. Alter. Und dann noch so langsam. Da. Die Seite. So, komm. Äh, okay. Hier sind auch wieder Hebel. Und der hier hat auch nochmal Gold. Ich hab jetzt keine Ahnung, was ich hier jetzt machen soll. Da unten ist noch ein Säbelzahntiger. Ah. Ah, okay. Äh, machen wir das? Die Ausdauer ist ja jetzt... Tschüss. Der hier führt uns jetzt nach oben. Okay. Hier hat der eine Dude mich von da unten getroffen. Okay, sehr interessant. Jetzt. Alter, wo komme ich hier hin? Ähm, dauernst du ein Monat, nehme ich? Bringt mir jetzt aber nix hier zu sein, ach ich wollte schon sagen, komme ich hier überhaupt noch raus, hier haben wir einen Hebel, eine Nachtklinge ist geschlossen, nein, gut, dass wir gerade noch hier gespeichert haben, so, den lassen wir schon mal runterfahren, dann gucken wir uns erst mal hier um, stimmt, hier sind wir erst mal noch ganz oben, ah, okay, jetzt sind wir erst mal hier, ich habe keine Ahnung, was das hier ist, ach so, das hier ist mal nichts, wie sieht es damit aus, hier ist eine Kiste da oben, nein, was soll denn der Mist, warum springt der mal so weit, ich raffe es nicht, so, den lassen wir aber trotzdem schon mal runterfahren, so, ein bisschen schneller, na, aber ich raffe nicht, warum der mal so, so weit springen muss, so weit springen muss, so, da kommen wir erst mal noch nicht hin, nein, was soll denn das, okay, wir machen das so, dass wir gleich, sobald wir dort auf der unteren Plattform sind, erst mal speichern, den können wir ja nicht aufmachen, hier machen wir ein save game auf die drei, weil wir sind jetzt schon mal, immerhin soweit, okay, hier brauchen wir nicht zu springen, hier haben wir den Hebel, genau, so, ähm, hier haben wir den Hebel, genau, so, Jo, tut mir nicht weh, Lan, machen wir einmal das, so, dann müsste ich jetzt wahrscheinlich das eine Ding hier, ah, da haben wir es, ja, alles klar, dann hätten wir hier soweit fertig, können wir hier auf der Seite wieder hoch, was, warum geht der jetzt runter, wieso geht der jetzt runter, hä, muss ich das jetzt verstehen, okay, wir kommen jetzt nach unten zu dehnen, ja, die Säbelsthandtiger sind schon hinter mir her, aber die beiden werden jetzt ein leichtes Spiel sein, keine Ahnung, wie die den geschafft haben, jetzt kaputt zu machen, so, der hat nichts, ah, und jetzt geht es hoch, ich höre hier andere Viecher, hier schauen wir mal, wo wir jetzt ankommen, da bin ich jetzt gespannt, wenn das ein bisschen schneller gehen würde, boah, das Spiel macht das jetzt extra spannend, hä, und ich weiß nicht, warum, ich glaube, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich die Folge hier heute mal ein bisschen länger machen, gezwungenermaßen, machen wir 45 Minuten oder so draus dann, ausnahmsweise, es sei denn, wir schaffen es in dieser Folge noch bis zum Ende, dann wird es sogar noch länger, so, wo kommen wir an, ich glaube, bei denen, ich glaube, wir kommen hier an, hm, 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 hm nach oben. Okay, wo kommen wir jetzt damit an? Das ist jetzt die Frage. Aber ich komme gerade nicht drauf. Müssen wir vielleicht nach ganz oben. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ne, von da kamen wir. Ich glaube, wir müssen nach ganz oben. So. Genau, hier war ja. Ja, nein. Oh. Oh. Kann ich da klettern? Ja, Climbing-Mode. So. Schauen wir mal. Ich glaube, wir müssen dahin oder von da kommen wir. Okay, aber überlebt. Na, wie ich glaube, weiter geht es jetzt auch nicht hier. So. Kann ich langsam... Nein, 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 nein. Ja. Gerettet. Okay. Boah. Kurzen Herzenfakt bekommen. Aber ich komme nicht drauf, wo... Da ist ein blauer Kristall. Autsch. Und wo kommt der denn her? Ne? Äh, machen wir hier nochmal ins Safe-Game. Diesmal auch die zwei. Immer in Abwechslung. So. Die Verführer, die sind... Nein. Ich stecke... Nein. Muss ich jetzt ernsthaft laden? So. Okay, das hier nicht betreten. Ich habe hier auf einmal. Boah, das war jetzt aber echt gemein mit dem Käfig. Hier haben wir gerade festgesteckt, weil wir das da benutzt haben. Ja, okay, hier haben wir es. Boah, das war jetzt aber gemein. So. Die Orks tun mir aber auch leid. Jutte, siehs, nehmen wir mit. Was hat der Käfig von gerade eben? Tatsächlich, das hat der Kä... Ah, okay. Das sind die ganzen Gebiete. Jetzt sind wir hier, nochmal ein bisschen weiter unten. Ah, okay. Und das ist der Käfig, wo wir gerade drin waren. Okay. Ähm. Alter, was? Einen Rat ist gestorben. Hear me. The blind god is a jealous god. Let his true servants lift up their eyes into him. And the way will be easy. Hear me. Wir machen hier einmal ein save-gay. Alter, ist das heftig. Wie viel Feuer. Jo, und die schießen alle auf mich. Ich glaube, hier werden wir erstmal gleich drauf gehen. Weil wir jetzt hier nicht einfach so irgendwo ausruhen können. Und ich glaube, die Wände können wir nicht hochkraxeln. Haben wir einen Zaubertrank für die Gesundheit? Äh, Resist Shock. Water Briefing, Shadow Form, Resist Fire. Machen wir den hier mal. Tschüss. So, Aua. Ich kann hier immer noch nicht. Ja, hier. Nice. Mein Dedric Skill ist improved. Okay. Ähm. Ich habe ein ungutes Gefühl gerade. Ich glaube, wir müssen noch mal runter. Da ist, da ist irgendwie so ein Dude. ich glaube, wir müssen alle diese Schädel einmal hier bewegen. Nein. Okay. Einmal rausfinden, welche Schädel wir alle bewegen dürfen. nicht jeden können wir bewegen. Hier den ersten. Wo sind wir jetzt gelandet? Achso, wir sind wieder zurückgekommen. Okay. Die drehen sich dann. Okay. Was machen wir denn jetzt? Boah, das da unten ist ein bisschen heftig. Äh, He meet. The blind God is a jealous God. Let his true servants lift up their eyes into him and the way. Ja, okay. Es ist nochmal dasselbe. Brauche ich jetzt nicht noch einmal wiederholen. Da kommt schon der nächste Dude. So. Hoffen wir mal, dass der hier Ich glaube, ich mache hier nochmal ein Save Game. Auch die zwei. Okay, hier können wir aber so. Wer ist jetzt in der Nähe? Eine Ratte. Okay. Okay. Was ist da? Oh, hier ist auch noch ein Ratten gestorben. Ich habe Angst. Jede kleine Bewegung kann den Tod bedeuten. So. Wer ist denn das? Ah, at last. I was beginning to think you wouldn't get this far. I'd re-replace, don't you agree? And guarded by a Pampas Upstart. He's no more a God than I am. Well, carry on. We will meet again soon. Unless you are not as foolhardy as you appear. Wer ist denn das? tschüss. Tschüss. Vielleicht kann ich jetzt einmal den hier machen. Ja. Okay, jetzt geht's los. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich glaube, da fehlt noch was. Ich glaube, da fehlt noch was. Wird er jetzt auch? It does not unlock. Okay. Vielleicht muss ich die anderen hier auch nochmal betätigen. Damit die aufgehen. Zum Bewegen bringen. Weil hier noch einige nicht mit den Schädeln drehen. Hä? Nee, die drehen gar nicht. Gar nicht mehr. Muss ich das verstehen? Hä? So bin ich halt schon wieder hier. Okay, jetzt versuche ich mal hier. So. Dann den hier. Jo, komm. Einmal drauf gehen. Bei dem habe ich jetzt Angst. Nochmal ein Save Game. Dann mache ich hier mal auf die drei. Da hat sich was getan. Ich habe da was gehört gerade. Aber die sind jetzt alle wieder zu. Wie lange will der noch mich einbreschen? So. Wie lange will der noch? so sind die jetzt wieder offen? Oder sind die noch immer zu? Nee, jetzt sind die... Jetzt bleiben die zu. Hat das vielleicht einen Timer? Ich bin mir da jetzt gerade echt nicht sicher. so. Genau. Der? Ah, ich muss die nicht unbedingt bewegen. Es reicht schon, wenn ich dran vorbeilaufe. So, sind die? Die sind nicht. So. So, jetzt ganz schnell, ganz vorsichtig. Nein! Jo, alles klar. Ist vorbei. Alles klar. Jo. Dann machen wir hier noch mal. Nee, nicht zu schnell. Ach nee, scheiße. Genau, das war der, der einen runterkickt. Den lassen wir mal. So, dann wieder gehen. Komm, weg mit dir. Nein! Autsch! Was passiert mir? Ich kann hier ganz normal die... Okay. Hab ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Nein, nicht... Okay, jetzt bin ich so oder so draufge... Also... draufgegangen. Okay, der war das. Dann gehen wir wieder den anderen Weg. So schnell es geht. So. So. Ja. Nein! Toll. Okay. Ganz schnell. Ja. So, und nochmal hier. Ah, der hat aufgehört zu drehen. Ach nee. Der eine dreht sich da immer noch. Ich verstehe jetzt aber nicht, wer alles hier gedreht werden muss. Der hier definitiv auch. Dann kommt hier jetzt nichts mehr. Hä? Und jetzt ist wieder... Ah, at last I was beginning to sing. Aber warum ist jetzt wieder zu? Ich verstehe es nicht. Das ist immer noch zu. Hä? Nein! Nie drunter fallen! Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Äh. Warte mal. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge versuche ich mal rauszufinden, weil ich das nicht raffe. Ähm. Was ich da machen muss. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deos. Und ciao! So. Moin moin. Und da wäre ich wieder. Hier sind insgesamt jede Menge Schädel in dem Feuerraum. In Daggerfall. The blind god is a jealous god. Let his true servants lift up their eyes into him. And the way will be easy hear me. Wir müssen alle, die ihn angucken, berühren, habe ich gelesen. So. Die ihn weggucken, nicht. Beziehungsweise, der hier guckt sich ja nicht ihn an. Jetzt bin ich paralysiert. So. Äh. Haben wir hier Reaction. Nutzen wir mal. Der guckt weg. Also ist der auch falsch. Dann den hier. Der hier nicht. Ähm. So. Den hier auch nicht. Müssten insgesamt, glaube ich, drei gewesen sein. Die richtig sind. Nein. Komm, Kleinbing. Kleinbing. Ja. Gut. Dann haben wir das geschafft. Dann müsste das hier jetzt eigentlich dann auch offen sein, ne? Ja. Dann haben wir hier so einen Stein. Und ich habe leider die Antwort darauf auch blöderweise vorweg gelesen. One speaks for me, two serve me, six protect me, how many defy me? Und leider ist die Antwort eins. Ich habe das leider vorweg genommen. Und laut der einen Seite. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, das zu verlinken. Laut der einen Seite. Autsch. Autsch. War dieser eine da? Shiogorot. Der eine. Okay. Die Seite hatten wir. Der ist auch falsch. Der ist falsch. Der ist auch falsch. So. Müssen wir einmal alle ausprobieren. So. Die hatten wir. Der ist auch der aufgeht. Okay. Der eine Dude da oben, das war Shiogorot. Also zumindest laut der Daggerfall Main Quest Hauptseite da. Ich hoffe, ich vergesse es diesmal wirklich nicht zu verlinken. Kann ich? Nein, ich kann hier nicht. Okay. Ich kann hier nicht resten. Hier kann ich resten. Wehe, ich werde zum Wehrwolf. Ähm. Das geht hier nur im Kreis. Ah, okay. Okay, ich wollte schon sagen. Das wird immer länger. Aber nur Admonaren hier. Wo kommen wir jetzt an? Okay. Das ist cool. Hier noch so einer. Nochmal einer. Der ist auch hier wahrscheinlich gefangen, ne? Der Archer. Und auch ebenfalls hier gefangen. Waterwalking. Nehmen wir mal mit. Hier geht es steil bergab. Mal gucken, wo es hier hinführt. Oh. Nein, 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 nein. Ja. Das ging aber tief runter. Also. Autsch. Machen wir mal so. Vorsichtig. Okay. Machen wir mal den hier. Ich habe jetzt keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Alter, was? A family voice loves mocking Lee, so makes Lee a second. Come to pay your respect properly at last. Was? Ich bin total verwirrt, was hier gerade abgeht. Äh, nee. Nein, 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 nein. Was war das denn jetzt? Hier. Komm, klettern, klettern. Da ist der Dude, der da unten feststeckt. Ich raffe es nicht. Da sind aber Säcke der Dädra Lords. Das ist ein riesiges Schwert. Kann ich noch weiter hoch? Ah, nein, ich dachte schon, ich gehe hier drauf. Nein? Okay. Wo hat er jetzt zuletzt gespeichert? Hier? Wahrscheinlich waren die das. Der Family of Wives Last Walking, I saw Max Deer Second. Ja, das kennen wir. Aber ich raffe jetzt gerade... Da ist eine geheime Tür. Ah! Warte. Okay. Machen wir mal so. Ja, brauchen wir nicht. Okay, das geht auch nicht. So, komm. Ah, auf der anderen Seite hilft jemand mit. Immerhin. So. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Also, wer sich in der Lore von Elder Scrolls auskennt. Und wenn das hier wirklich jetzt Sheogorath ist, dann ist es entweder der Wabajak oder die Armbrust. Wie heißt aber Armbrust nochmal auf Englisch? Also ich sage erstmal Wabajak. Der Wabajak. Hier ist ein Schwert. Hier ist die Armbrust. Wie heißt Armbrust nochmal auf Englisch? Boah, muss ich jetzt einmal kurz googeln. Die Übersetzung, den Translator. Im Moment. So, wie heißt das nochmal? Crossbow, genau. Boah, ich kam nicht auf Crossbow. So. War das jetzt richtig oder war das jetzt falsch? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Jetzt? Habe ich irgendwas? Warlocks Ring? Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe. Was passiert, wenn ich... Aua. Ich bin... Aber wieder hier. Ah. Repple Mode. Oh, äh. Äh. Okay. Geht die Insel hier runter oder... Gehen die alle hoch? Das geht alles... Okay, die Insel geht hier unter. Die gehen... Aua. Der Reload just died. Okay. Sieht hier jetzt was? Nein, nichts unterfallen. Da kommt jetzt eine Armbrust. Und hier bleiben wir jetzt stehen. Passiert jetzt was? Ich raffe es gerade nicht. Das Schwert ist schon mal raus. Ich raffe es gerade mal raus. Autsch. Machen wir einmal den. Aber wir sind schon mal weiter. Ich mache hier... Äh... Ne. Ich mache hier den Save Game. Autsch. Der hier macht auch nichts. Ah, okay. Ups. Ah, okay. Alter, aber wie geil ist das gerade? So, jetzt erst mal wieder tausend Jahre runter. Äh, ne. Wir machen jetzt nicht nochmal ein Save Game. Wohl doch. Wir machen hier den Save Game. Wie geht es meiner Gesundheit? Ich bin ein Hellvieh. Ich habe keine Ahnung, was das da jetzt macht. So, dann warten wir mal eben. So. Ah, hier. Jo. Alter. Aber erst mal ordentlich Geld. Nice. Und der nächste. Kann ich hier resten? Nein. Nein. Kann ich hier resten? Ja. Okay. Können die sich nicht gegenseitig erstmal bekämpfen? Wo ist denn der Geist? Purification. Nehmen wir einmal mit. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt hier wieder gelandet bin. Aber das fand ich jetzt auch geil hier. Das scheint auch irgendwie eine Art Labyrinth zu sein. Genau. Hier kamen wir raus. So. Nein, 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 nein. Denk ich mal dran. So. Resist Block. Gehen wir mal hier hin. Hier kann wir resten. Okay. So. Ach, nee. Nein. Bitte nicht. Habe ich hier... Ich habe das ausgegeben, ja. Und ich habe hier nicht genug dafür. Ja, dann erstmal abwarten. Was passiert? Bisschen Kaffee trinken. Wie geht es euch denn so? Erzählt mal. Das Spell wird noch ein bisschen dauern. So. Wie sieht es da oben aus? Ja, mein Guter. Tob dich aus. Dauert noch ein bisschen. Wenn er jetzt aber noch einmal den Zauber raushaut. Ah, hier hat er eine Position gefunden, wo er mich hauen kann. Da nicht, hä? Da triffst du mich nicht. Kleiner Spreiser. So. Ja, der Zauber ist gleich vorbei. Gleich mache ich dich alle. So. So, jetzt bin ich dran. Meine Chance vertan, ne? So, jetzt einmal wieder heilen. So, dann würde ich sagen, wir machen hier auch nochmal ein Savegame. Wir sind ja wenigstens weiter. Okay. Okay. Na, der steckt da fest. Äh. Was? Wie soll ich da hinkommen? Alter, das Ding schwebt da auch noch. Digga, das geht... Was? Gibt es da noch mehr Wege da hinten irgendwie? Nee. Kann ich da irgendwie hinklettern? Ich habe da Angst. Gleich. Ich hoffe, wir das schaffen wir. Das packen wir. Wenn ich hier so zwischen... Nein. Nein, nein, nein. Oh. Das wird so nicht klappen. Ja, komm. Komm, nochmal klettern. Da ist der grüne Diamant. Smaragd. Wie auch immer. Die Mantella. Nein, 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 nein. Ja, okay. Gibt es da unten sonst noch irgendwie was? Irgendwas, das mir helfen könnte? Hier ist auch nichts. So, dann machen wir den mal fertig. So. Oh, Towershield. Nice. Ah, okay. Dann haben wir das Ding jetzt. Okay, wir haben die Mantella. Nulfarga kackels. Not so fast, Maxi II. Don't you want to see the result of your handiwork? Look now into the Book of the Time. Read upon its page the history of what shall pass within the next few days. Read paid as it shall be recorded upon the Elder Scrolls. Great Comidium, its raw power tempered only by the Blades, crushes all of the rebellious children of the Empire, destroying their armies. Okay. Your work is done, Maxi II. The world is no longer as it once was. Such is the way of things. Oh, and if you tell my Lich statue to shut up, the door to my chamber will open. Okay, aber die beiden sind noch irgendwie komischerweise geblieben. Aber wir haben, wir haben es durch. Sagen wir dem nochmal shut up. Dann gehen wir mal. Ich reise mal vielleicht wieder zurück hier in die Hauptstadt. So, die beiden bleiben komischerweise. Ne, der eine bleibt nur. Aber wir haben das Game durch oder nicht? Habe ich es richtig verstanden? Warte mal. So, die beiden sind komischerweise geblieben. Okay, wahrscheinlich, weil wir mit den beiden nicht vorankamen, weil wir dann auch noch die Commands nutzen mussten. Aber wir haben das Game durch. Ja gut, dann muss ich diese Folge wahrscheinlich an die letzte Folge wieder hinten dran schneiden. Dann, ja, war geil auf jeden Fall. Es war mal was anderes, so von Spielen, weil es war jetzt eher eine politische Intrige. Aber, ähm, war schon geil, muss ich auf jeden Fall sagen. Aber wir sehen uns dann auf jeden Fall, äh, statt wieder in einem neuen Volldäcker voll. Dann sehen wir uns morgen bei Redguard wieder oder in einem anderen Let's Play. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! Ich bin's,ptions- Alles inHuh-Zinst CMZ! Ich bin's, 봐요! Bin's, Bin's- Bin's! Bin's, Bin's, Bin's. Bin's und der Sanfteillern! Bin's, Bin's, Bin's. Bin's, 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 Bin's. Bin's, 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 Bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020